Ja, brutal. Also was sie da auf die Beine gestellt haben, war sensationell, wie so vieles, was sie gemacht haben. Aber ich glaube, der Moment war Gänsehaut pur bei allen und ich durfte im Vorfeld ja auch viel miterleben. Es war ja an der Gaststätte, am Trainingsgelände war ja dann so eine Abendveranstaltung zu dem Spiel und man hat halt dann brutal viel von der Historie von Regensburg mitgenommen und das habe ich einfach aufgesaugt und war ja zu der Zeit, glaube ich, auch bei euch Praktikant sozusagen und habe dann da auch viel mitbekommen. Also es war schon interessant, dann auch mal über den Tellerrand rauszuschauen und wie sich das alles so entwickelt hat in Regensburg und ja, mit dem Spiel dann, das war natürlich dann die Krönung, glaube ich, für alle. Und dass wir das Spiel auch noch mit 1-0 gewonnen haben, das war dann so, ja, da hat dann einfach alles gepasst an dem Tag. Durch ein Kopfballtor von Marco Krüttner quasi. Ja, den ich eigentlich querköpfen wollte damals und hat alles schon so lange eingefallen. Das braucht keinen zu interessieren, ja, der Ball war drin. Jetzt im Nachgang, ich glaube, du hast schon auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Fans, auch zur aktiven Fanszene gehabt. Das ist heutzutage ja auch was Besonderes, oder? Ja, mir war das immer sehr, sehr wichtig, dass man auch weiß, wieso die Stimmungen sind und wie man auch als Team einfach ankommt, ob man irgendwie vielleicht auch falsch wahrgenommen wird und deswegen war ich da immer bereit, mir auch alles anzuhören und auch nach dem Spiel am Zaun gestanden, auch wenn es mal, und ich glaube, das hat dann vielleicht auch dem ein oder anderen Fan gefallen, dass es mir dann auch nicht zu schade war, wenn es dann auch mal nicht so lief, dann da, ja, den Mann zu stehen. Von dem her, ich bin da relativ, ja, offen mit allem umgegangen und, ja, wenn ich für einen Verein spiele, dann gebe ich alles für den Verein und da brauchen wir dann auch nicht irgendwie Swappen, Küssen und so weiter, sondern das einfach Vorleben und das habe ich einfach in meiner Zeit gemacht. Aber das ist halt auch einfach meine Einstellung und ich glaube auch so, dass ich einfach viel so zurückgeben konnte, auch den Kindern nach dem Spiel, dass man sich da einfach Zeit nimmt, auch mal ein paar Autogramme zu schreiben. Da ist ja einfach eine privilegierte Sportartist, die man da ausüben kann und dann kann man vielleicht, ja, vielen Menschen dann einfach eine Freude machen, wenn man dann nur kurz für ein Foto bereitsteht und, ja, das für einen Spieler ja kein großer Aufwand ist. Ding Aue, Heimspiel dann im Mai 2020, letztes Heimspiel für dich, letztes Spiel für den SSV, Jan Regensburg. Ja, wie schade war es, dass am Ende bei dem letzten Spiel keine Zuschauer da waren, und dass du ja leider nicht so einen Abschied haben konntest, wie du dir es sicher gewünscht hättest und wie sich vor allem die Fans auch gewünscht hätten? Ja, da brauche ich nicht lange drum herumreden. Das ist mir natürlich sehr, sehr schwer gefallen und fällt mir auch jetzt noch schwer, weil, ja, weil das einfach nicht das Richtige war. Also, sage ich jetzt mal für einen Sportler, aber das ging ja vielen Spielern so, es ging vielen Menschen so, die, sage ich mal, in dem Jahr irgendwas beendet hatten. Also, war ich jetzt nicht der Einzige auf der Welt und das weiß ich auch, aber ich hätte mir das schon alles schöner gewünscht. Ich hatte mir das auch schön alles schon Monate vorher dann auch mal ausgemalt gehabt, wo der Entschluss dann feststand. Ich wollte meinen Kindern wieder einlaufen zum letzten Spiel und dann halt einfach auch gebührend dann von den Fans verabschieden und sich halt dann für die Zeit dann auch bedanken. Und, ja, das fehlt einfach. Und auch jetzt, wenn man Fußball schaut ohne Zuschauer, das ist einfach nicht mehr das, was es ausmacht und wo man als Fußballer, wo einem das Herz aufgeht. Von dem her ist dann im Nachgang, sage ich mir mal, der Abschied vom Profifußball, sage ich jetzt mal, ist mir da jetzt überhaupt nicht schwer gefallen, weil es einfach nicht mehr das jetzt im Moment ist, was es einfach ausmacht. Und das sind einfach die Zuschauer, die vollen Stadien. Aber natürlich ist der Situation geschuldet und es ist auch alles richtig so, wie es läuft. Man kann da nichts dran ändern. Und das war einfach, ja, sage ich mal, für mich der falsche Zeitpunkt. Aber so ist es und damit muss man leben und weitermachen. Und ich hoffe, dass das Abschiedsspiel dann noch zustande kommt, auch wenn es dann mit einem gewissen Abstand ist. Aber da wäre ich sehr, sehr gerne dann wieder bereit und würde da gerne dann auch wieder in der Arena auflaufen.